Wir können anschauen, was wir wollen, wir können hingehen, wohin wir wollen. Wir schauen nur in Bosheit und Niedertracht und in Verrat und Lüge und in Heuchelei und immer nur in nichts als in die absolute Niedrigkeit hinein. Gleich was wir anschauen, gleich, wo wir hingehen. Wir sind mit Bosheit und mit Lüge und Heuchelei konfrontiert. Was sehen wir anderes? Als Lüge und Bosheit, als Heuchelei und Verrat, als die niedrigste Niedrigkeit. Wenn wir hier auf die Straße gehen, wenn wir uns wagen, auf die Straße zu gehen, sagte Reger. Wir gehen auf die Straße und wir gehen in Niedrigkeit hinein, sagte er. In Niedrigkeit und in Schamlosigkeit, in Heuchelei und in Bosheit.